Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung, wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft es nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Oh oh. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Ich glaube, ich weiß auch, was wir aus der Stadt rausschmuggeln müssen. Wir müssen hier weg. Sofort. Okay. Ihr wollt den Deal? Dann los. So, Robert ist tot und wir müssen uns beeilen, dass wir irgendwie hier zu den Waffen kommen. Ich hoffe, die sind ja da. Und dann schmuggeln wir wahrscheinlich die junge Ellie aus der Stadt. Oder sollen sie rausschmuggeln? Und dafür kriegen wir dann die Waffen. Hm, ob das alles funktioniert? Ich weiß ja nicht so recht. So. Guck mal nicht auf den hin. Ja, ja, ja. Jetzt. Komm, Ladies first. Ja, komm. Du sollst nicht an deinem Arm riechen. Dann nicht. Dann gehe ich als Zweiter. So. Waren ja nicht eben noch ein paar Leute auf uns aufmerksam geworden sind? Ey, cool. Das spielt übrigens. Oder soll in Boston spielen. Also der Rest von Boston. Na, ihr wisst ja, der Rest von Boston. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns produzieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Klebeband und alle möglichen weiteren Kleinteile. Da bauen wir uns dann nachher irgendwas Schönes draus. Ja, Moment. Ich helfe dir mal. Dann lasst ihr auch helfen. Hinten. So, Treppe runter. Hättest du das noch durch? Ja. Das geht. Ach so, ich dachte, sie hätte uns gefragt. Uns fragt natürlich wieder keiner. Ich habe mir eben den Knöchel verstaucht. Oh, oh. Moment. Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Hm. Mit zwei Frauen im Gepäck. Finde ich ganz gut. Gefällt mir. Das hätte uns schlechter treffen können. Und die suchen auch noch alle intelligent Deckung. Hm. Zur Tür. Okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich auch. Okay. Da geht's. Ah, okay. Gehen wir jetzt da oben lang. Building 56. Gucken wir nicht auf den Hintergrund. Ja, ja, ja. Leck mich am Arsch, ja. Trade out. Primary service. Pool station. Big steel company. Rare house. Manufacturing. Manufacturing. Okay, der steht da total lässig. Am Türrahmen. Da ist einer. Und da ist einer. Und das sind eigentlich schon wieder viel zu viele für uns. Aber wir haben ja unseren Knüppel und den Stein dabei. Sollen wir vielleicht den Stein noch mitnehmen? Den Backstein. Ich packe mir in den Stein. Ja, komm. Ah, sehr gut. Finde ich gut. Wenigstens einer, der mitdenkt. Ach so, wir hätten auch das Messer nehmen können. Aber egal. So. Wo ist der nächste? Ah, die ist schon an den Enten. Sehr gut. Liegt hier noch irgendwas? Nö, nö. Hey, du hast Kohle vergessen. Hä? Wie Kohle? Du hast einen Stock vergessen. Ich habe da schon einen Stock. Wobei, mit zwei Stöcken wäre natürlich auch cool. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier raus. Äh, wo ist denn die andere? Das muss jetzt einfach mal sein. Sorry, aber das muss jetzt wirklich sein. Also, nein! Nein! Jetzt, 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 wo kommt der in den? Mann, ich kann heute nicht treffen. Ach, Mist. Na gut, dann hau ab. Nein, nicht nachladen! Nein! Mann! Was ist denn heute los? Tut mir leid. Aber es war heute schon ein langer Tag, wenn ich mal nicht so gut treffe. Nicht so gut treffe? Du hast heute auch gar nicht getroffen. Ja! Wie gesagt, ich gewöhne mich dann an das Spiel, das vom Gameplay sehr komplex ist. Ja. Was läuft denn da für eine rote Flüssigkeit aus dem Raus, aus dem Kollegen? Ich habe auch nicht mit gerechnet. Dann kam auf einmal der Typ von hinten, wollte mit mir schmusen und dann war ich ein wenig überrascht. Okay, können wir jetzt hier irgendwo durch die Tür? Ich weiß gar nicht, wo die jetzt lang wollte. Wo ging das jetzt hier links lang? Ich weiß es gar nicht, ich habe mal wieder nicht aufgepasst. Ah, okay, wahrscheinlich hier runter und unten war die Tür, oder? Moment, wir schmieden uns mal hier so an die Wand ein bisschen. Oder auch nicht. Ach, natürlich. Die Frau ist schon da. Die Firefly Lady ist schon da. So, rein die Damen, einmal zu. Genau. Selbst ist die Frau, ich weiß du nicht. Die Frauen sind ja total selbstständig. Ich glaube, die überlebt aber nicht mehr so lange. Die hat bestimmt schon ordentlich Blut verloren. Okay. Hebebühne. Aha, aha. Ich hoffe, der Knüppel hält noch ein bisschen. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Gönn dir mal eine Pause, Essen-Twix. Das ist ein Snickers. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde zitiert in Kraft. Der ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Nein, Snickers. Ja, 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 wir haben es ja verstanden, Frau. Ich meine, wir hatten ja sowieso schon genug Probleme, ob wir jetzt nach der Sperrstunde ja noch rumschlamenzeln oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch ziemlich egal. Wieso haben wir denn eigentlich? Okay. Zehn nach zehn. Ja, Moment. Musst du gerade noch die Uhr lesen lernen. Vorsichtig. Ja. Die will es aber auch wissen, die Kleine. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Welt. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, dass ich kann nicht bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sagen. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du? Komm her. Gehen wir. Und du? Komm her. Okay. Dann müssen wir jetzt Ellie aus der Stadt schmuggeln. Nö, Ellie. Was sagst du denn dazu? Hm? Ellie. Ja, komm. Ich rempel dich doch nur ein bisschen an. Ja, komm doch. Jetzt hab dich doch nicht so. Ja. Sag mal, speichert der eigentlich automatisch? Was? Was war los? Ach so, okay. Okay. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. So ist das richtig. So ist das richtig. Sehr gut. Sie hat auf jeden Fall erkannt, wer der Boss ist. Nämlich ich. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt automatisch speichert hier. Äh, da speichert der nicht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie wir dann Sachen herstellen können. Aber das werden wir auf jeden Fall dann nächstes Mal in Angriff nehmen. Ähm. Ähm. Ah. Spiel speichern. Cool. Das ist ja cool. Das heißt, wir können immer speichern, wann wir gerade Lust dazu haben. Finde ich gut. Nö, nö, nö. Ja, okay. Okay. Ja. Ja. Dass man immer tausendmal nachgefragt wird. Tada. Speichern erfolgreich. Ja gut. In dem Sinne hier mit dem schönen Ausblick auf die halb zerstörte Stadt würde ich sagen, ich mache eine kurze Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich mache hier die ersten Folgen von The Last of Us. Und in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal, wenn wir hier versuchen, mit unserer kleinen Ellie versuchen zu entkommen. Tö, tö. Heyo und willkommen zurück zu The Last of Us, liebe Freunde. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja mit der guten Tess oder in der letzten Session haben wir uns mit der guten Tess hier rumgeschlagen. Und jetzt haben wir unser Paket bekommen und zwar hier. Ey, jetzt stolper nicht über den Karton. Ellie, unseren Schützling, wir sollen sie irgendwie aus der Zone rausbringen. Und dafür kriegen wir dann wohl unsere Waffen wieder, die wir eigentlich von Robert wiederhaben wollten. Aber den haben wir ja kurzerhand erschossen. Und ich glaube, die Anführerin der Fireflies wollte uns die dann irgendwie wieder besorgen. Auf jeden Fall müssen wir hier unser Paket, die Ladung, irgendwie raus aus Boston, aus dieser infizierten Stadt bringen. Wird wahrscheinlich nicht so einfach. Wo jetzt hier unsere anderen Kameraden gerade sind, weiß ich nicht. Und wie sie sich das hier überhaupt weiter so entwickeln wird, das wird auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend, liebe Freunde, bleibt dran. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal hier weiter. Nein, die hat echt ein Messer auch. Nein, wie süß. Macht es gerade an ihrer Hose sauber. Wahrscheinlich macht die damit auch ihre Nägel. Ja, so muss das sein in der Apokalypse. So, wahrscheinlich können wir rechts die Treppe runter. Aber wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Parking, Daily Parking. Zwölf Dollar! Das ist aber sehr teuer. Ach hier. Ganz links, das ist doch hier Wanted. Ach nee, das ist ja alles die gleiche Person. Das ist nämlich die Dame, die uns hier unser Paket gegeben hat. Die Anführerin der Fireflies. Der Feuerfliegen oder der... Ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, 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 Glühwürmchen. Ja, wie man das übersetzen kann, ich weiß es gar nicht. Von da kam er übrigens. Und... Jetzt macht doch hier nicht so ein Lärm. Wie alt ist die eigentlich? War die zwölf, dreizehn, vierzehn? Irgendwie im Teenage-Alter. Teenager-Alter auf jeden Fall. Komm! Boah, ich hatte eben noch so Soundprobleme und so. Da hatten wir jetzt hier noch ein bisschen rumprobiert. Das sollte jetzt alles noch besser funktionieren. Ich nehme ja mit der Playstation auf. So, aber das ist jetzt total egal. Wir wollten uns ja hier ein bisschen in die Atmosphäre begeben, die ja echt toll ist. Ich hatte ja schon das ein oder andere Tränchen verdrückt, als wir unsere Tochter, Sarah, verloren haben. So, ich mache mal Licht an. Also bis jetzt... Ja doch! Bis jetzt ist die auf jeden Fall richtig gut, die Story und die Atmosphäre. Und die Fireflies, also diese Untergrundorganisationen, wie ich sie nenne, das sind wohl die Bösen. Also, glaube ich, die haben wohl irgendwas mit der Infizierung, also mit diesem Pils, mit dieser Seuche zu tun. Aber, ja, mehr weiß ich ja auch nicht. Das werden wir einfach im Laufe der Handlung hier noch mitbekommen. Wo sind wir denn jetzt hier? Und wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wo sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ihr merkt schon, er ist ein bisschen genervt. Er hat natürlich jetzt im ersten Moment überhaupt gar keine Lust auf die kleine Ellie aufzupassen. Und selbst nach 20 Jahren ist er jetzt immer noch so ein bisschen... Ja, er ist auf jeden Fall noch sehr verbittert. Wegen dem Tod seiner Tochter. Aber ich denke, der wird sich jetzt hier irgendwie an sie gewöhnen bestimmt. Und entwickelt sich bestimmt noch so ein Beschützerinstinkt. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber die kann ja auch ganz gut auf sich alleine aufpassen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich links über den Sound... Zack. Äh, nee, ist gut so. Das ist... Achso. Ah, ich kann... Ah, ich wollte mich eigentlich jetzt... So. Ellie? Ey. Ellie? Ja, komm. Komm.